So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Er ist ein ganz spezieller Gast. Und zwar ist er erst seit ein paar Tagen wieder zurück in die Schweiz nach einer langen, langen, langen Reise. Er heisst Ueli Frischknecht. Er ist ein Reiseviertel und freischaffender Fotograf. Hoi Ueli. Guten Morgen, Boris. Schön bist du da. Schön hast du gerade nach der Heimkehr den Weg zu Hause in den Content Creation Space gefunden. Du dich doch mal geschwind vorstellen für diejenigen, die hier draussen zuhören. Zuerst einmal danke für die Einladung, Boris. Sehr gerne. Mein Name ist Ueli Frischknecht, bin 34, freischaffender Fotograf und freue mich heute bei dir zu sein. Sehr schön, sehr schön. Kommen wir mal geschwind ein bisschen auf dich zu sprechen. Und zwar nimmt es mich jetzt ganz besonderes Wunder, was hast du gelernt? Also, gelernt habe ich mal vor langer Zeit die Ausbildung gemacht zum kaufmännischen Angestellten. Mhm. Büro. Mhm. Bei der öffentlichen Verwaltung. Ja. Und ja, in dem habe ich mich dann ein paar Jahre bewegt. Und ja. Und dann, wie ist es weitergegangen? Was ist so ein bisschen dein beruflicher Werdegang gewesen? Ja, ich war lange Zeit auf der Verwaltung gewesen. Öffentliche Verwaltung, das heisst kantonale Verwaltung. Und dort habe ich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Lange Zeit dann auf der Steuerverwaltung. Mhm. Was heisst lange Zeit? Lange Zeit, sagen wir, zehn Jahre. Mhm. Genau. Und ja. Was war denn deine Aufgabe dort? Wir kennen es ja so, die Steuerkommissäre, die bösen Steuerkommissäre, die die Steuererklärung kontrollieren und einmal ein Jahr eine saftige Rechnung rauslernen. Also die, die weniger Freude machen am Volk. Aha. Ja, also ich war nicht auf der weniger angesehenen Seite der Gesellschaft. Ja, okay. Ich habe einmal nachgeschaut bei dir auf LinkedIn und du bist ja zuerst noch in Appenzell, Innenrode, Aussenrode, Innenrode. Aussenrode. Das ist schon noch wichtig, den Unterschied zu machen. Genau, Appenzell, Aussenrode und dann nachher dann eben in St. Galen. Und ich habe dann einmal die Jahre zusammengerechnet, was du da auf LinkedIn geschrieben hast. Das sind 14 Jahre. 14 Jahre. Da bist du als Steuerprüfer oder Steuerkommissär unterwegs gewesen. Ich habe mir natürlich dann eine Frage gestellt, die mich jetzt wirklich wundernimmt, was du mir antwortest. Du hast ja teilweise beantwortet, aber wie viel Liebe bekommt man rüber als Steuerkommissär in deinem Beruf? Relativ wenig, relativ wenig. Und wenn es so sei, dass man dann mal eine Liebe rüberkommt, dann muss man es auch, dann ist die Frage, dann nimmt man es auch nicht oder nicht. Wahrscheinlich eher weniger. Also es ist eher ein schwieriger Job. Ich würde jetzt nicht sagen ein trochner Job, aber teilweise schwierig. Ich habe einen realitätsnahen Job, wo es um Fakten geht. Ich mache es nicht ungern oder ich habe es auch nie ungern gemacht. Aber man muss schon ein gewisses Flair haben dafür. Vor allem auch eine dicke Haut. Weil ich persönlich muss jetzt sagen, ich bin nicht gerade der grösste Fan der Steuerbehörde. Es ist nicht unbedingt die Person dahinter, sondern im Allgemeinen das Organ der Steuerbehörde. Das ist so ein bisschen... Zwischendurch könnte man sich einfach nur links und rechts an die Ohren klatschen und denken, hey nein, was wollen Sie jetzt schon wieder von mir? Vor allem als Unternehmer ist es nicht immer ganz einfach, dort ruhig zu bleiben, freundlich zu bleiben, weil der Mensch hinten dran, der dann die Rechnung schreibt oder das Ganze geprüft hat, ist ja nicht unbedingt schuld an dieser Misere, sondern man ist ja eigentlich immer im Prinzip selber schuld, weil man irgendetwas vergessen hat einzureichen oder irgendetwas vergessen hat zu deklarieren oder irgendetwas. Einfach etwas nicht korrekt ist. Das ist ja so. Genau. Und wenn du sagst, es ist ein Zahlenflair. Also für mich, eben ich, ich bin eigentlich auch ein Zahlenmenschen, ich kann sehr gerne zahlen, aber der mit der Steuerhahn irgendwie immer noch nicht herkriegt, wie landet man denn dort in dem Job und wie haltet man sich denn, wenn man dort nicht die Bestätigung bekommt, weil ich damals schon Probleme hatte, als Softwareentwickler, habe ich auch nicht so viel positive Feedback bekommen. Alle haben immer reklamiert, wenn es nicht gelaufen ist, aber wenn es mal gelaufen ist, hat es nie einen Schulterklopfer gegeben, gesagt, oh, das ist jetzt aber gut gemacht. Wie haltet man sich denn 14 Jahre lang in einem Job, wo man praktisch keine Liebe bekommt und wo es um die Zahlen geht. Was ist dort dein Erfolgsrezept? Warum hat es dich so lange dort behalten? Ja, warum hat es mich so lange dort behalten? Also angefangen hat es ja grundsätzlich eben so mit dieser Ausbildung in der öffentlichen Verwaltung. Und dort ist es so, dass man dann relativ viele Türen offen hat, wenn man diese beendet. Man hat in verschiedene Bereiche hineingesehen und dann in die Steuerverwaltung oder in das Steuerwesen bin ich dann eher per Zufall hineingerutscht. Also es war nie mein Traumjob gewesen. Ich bin dann dort reinkommen und ja, wie in vielen anderen Berufen auch oder in anderen Jobs auch. Wir arbeiten mit seinen Teamkameraden und die Arbeit hat mir eigentlich Spass machen. Wahrscheinlich weniger. Also Spass macht mir anders. Fussball spielen macht Spass, Fotografieren macht Spass. Aber es hat mich auch nie irgendwie in dem Sinne belastet. Wenn du sagst, dass man dicke Haut haben muss, das stimmt schon. Aber ich denke, das muss man auch in anderen Bereichen haben, weil ein Beispiel, letztens wo ich jetzt noch lange wieder in die Schweiz gekommen bin, habe ich eine neue SIM-Karte mussten haben und bin dann in den Mobile-Shop und es ist eine Ewigkeit gegangen, bis die dann funktioniert hat. Und der Verkäufer auf der anderen Seite hat auch eine dicke Haut haben, wenn er es mit mir dann in dem Sinne zu tun hat. Und ja, ich denke, das hat man in vielen Jobs. Okay. Ja, das ist noch ein schöner Vergleich jetzt. Denn eben alle, die irgendeinem Dienstleistungsunternehmen direkt mit Kunden zu tun haben, müssen mehr oder weniger eine dicke Haut haben, weil ich merke das auch immer. Ich probiere darum vor allem auch mit Callcenter-Agents immer möglichst nett sein, weil die haben ja auch nur einen Job. Die können ja nichts dafür, dass sie jetzt mehr anrufen müssen und irgendetwas verkaufen wollen. Und das Ziel wäre ja, dass man wirklich nett und lieb durch die Welt durchgeht, weil das kommt alles wieder retour. Und so probiere ich es auch mit der Steuerbehörde zu behalten, jetzt da in Rappers-Villona, dass dort niemand irgendwie persönlich leiden muss wegen mir, sondern dass ich einfach effektiv mit dem Organe anmühen habe. Und das kommt gut. Und irgendwann hast du dann gedacht, nach 14 Jahren braucht es eine Veränderung. Hast du denn etwas gespürt? Hat es dich irgendwie angeschissen? Oder was ist passiert? Es ist ja so, es war halt nie der Job, der mich dazu bewegt hat, irgendetwas zu verändern. Es hat mehr mit dem allgemeinen Lebenswandel zu tun. Also ich habe dann schon genau darauf gesprochen, es hat damit zu tun, dass ich irgendwann einmal eine Reise gemacht habe. Woher ist die gegangen? Die ist auf Thailand gegangen. Also die, die der Ausschlaggebende dann war. Die ist auf Thailand und dort mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Und dann hat es ein paar Momente gegeben oder einen ganz spezifisch, wo ich dann am Abend irgendwie ins Meer rausgeschaut habe und dann einem Fischermann zugeschaut habe, wenn er in einem Frieden da seine Rueten rauswirft und Sonnenuntergang und halt alles ein schöner Moment gewesen. Und dann, so Momente hat es natürlich öfters gegeben, aber da hat mich dann dazu bewegt, so jetzt, jetzt musst du mal, jetzt musst du mal irgendetwas, noch etwas machen in deinem Leben, das du gerne würdest machen oder realisieren willst. Und da ist, da ist eine längere Reise gewesen, wo ich seit längerem habe wollen, habe ich aber nie getraut, also aus dem Alltag rauszugehen. Weil, ja, es bietet auch gewisse Risiken oder man meint, es bietet Risiken. Und, ja, das Reisen selber hat mich dazu bewegt, um weiter zu reisen. Okay. Also das heisst, die Reise nach Thailand, wie lange bist du dort unterwegs gewesen? Eine normale zwei Wochen von der Arbeit weg. Mit Backpacker. Dann hast du dort deine ersten Erfahrungen als Backpacker gemacht, hast du das irgendwie genossen, hast du gemerkt, dort passiert etwas mit dir, es tut dir gut. Hast du dort die Kamera auch dabei gehabt? Die Kamera habe ich dabei gehabt, also es war nicht meine erste Reise in dem Sinn, aber es war die Reise, die mich dazu bewegt hat, etwas zu machen. Die Kamera habe ich dabei gehabt, aber soviel ich weiss, es war einfach ein GoPro im Hosen-Sack. Okay, und wann war das genau? Das war, müsste ich sein, 2014 oder 2015. Okay, und dann hast du dir eine Art das Herz gefasst und gesagt, okay, ich arbeite jetzt darauf hin, dass ich mal länger reisen kann. Du hast wahrscheinlich noch keinen definitiven Plan oder so, aber hast du irgendwie das Gefühl, jetzt muss ich etwas machen. Richtig. Wie bist du dann vorgegangen? Das war so, dass ich dann zusammen mit meiner Frau den Entscheid gefällt habe, so, jetzt sparen wir auf eine Reise hin, das heisst, wir zwacken jeden Monat einen gewissen Betrag ab vom monatlichen Einkommen und legen den auf die Seite, leben sparsam, also alle Ausgaben so weit wie möglich runterfahren und dann ist Sparennah gewesen gewesen für, also mit budgetiert etwa zwei Jahre, genau, da hat man natürlich alles akribisch geplant, wenn man mit den Zahlen ja gerne arbeitet. Du auch als Zahlenmensch, oder? Richtig. Das ist alles auf den Zeitplanen vorgegangen gewesen. Du hast brillieren können, oder? Genau, das habe ich gerne gemacht. Super. Genau. Und so sind wir dann vorgegangen, genau. Das heisst, ihr habt euch Alltag auch reduziert ein bisschen, sind ihr umgezogen in einer kleinere Wohnung oder habt ihr probiert, irgendwie mehr Essen von zu Hause zu nehmen? Was sind alles Massnahmen gewesen, um Geld einsparen zu können? Ja, wir haben extrem gesparrt, also wir haben auf Autos verzichtet, wir haben Möbel und Haushaltsgegenstände schon frühzeitig verkauft, also bis zum Schluss haben wir dann ziemlich alles verkauft gehabt, wir haben das Budget für Kino und so, ist vollkommen gestrichen gewesen, also wirklich recht runtergefahren. Also haben wir nicht mehr draussen gegessen? Sehr wenig, sehr wenig, ja. Wie hat das euch da, zwei Jahre lang so reduziert zu leben? Was hat das mit euch gemacht? Es ist gar nicht so wild, wie man es sich vorstellt. Klar, man muss auch der Typ sein dazu. Und wir haben da nicht viel ausgemacht. Vielleicht eben die Momente, man kann nicht einfach so ins Kino, man kann nicht in den Ausgang, man kann nicht zwei Stangen am Abend im Restaurant trinken, das geht nicht. Weil jeder Franken zählt dann in diesem Sinn. Und wir müssen wirklich sparen, wenn man so ein Ziel hat. Aber die Motivation von dieser Reise ist ja so gross gewesen, dass alles andere irgendwie weniger Gewicht gehabt hat. Und die Zeit ist absehbar gewesen, so im Rahmen etwa zwei Jahre. Was hat das mit Freundschaften gemacht? Also weisst du, wenn dann ihre Kollegen in den Ausgang sind und du sagst, ja, nein, wir sind am Sparren, ich kann nicht mehr kommen. Ja, das ist ein guter Punkt. Die Freundschaften mussten eh auch ein bisschen darunter leiden. Weil wir hätten eben nicht irgendwo auf Zürich hinausgehen können und dann mussten wir dann irgendwie sagen, nein, es geht nicht. Und das Verständnis war dann relativ klein. Man war nicht mehr derjenige, der nicht will. Aber ich denke dann, da sieht man dann auch, die, die es verstehen, die halten auch weiterhin zu einem. Und das war jetzt nie ein Problem für mich. Okay. Sehr spannend, weil ich kann mir das vorstellen, ich meine, ich selber habe auch über mehrere Jahre gespart, um nachher dann noch einen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ich merke, ja, man merkt, wenn man irgendwann verzichtet, es gibt auch mehr Raum wieder. Weil die Zeiten, wo man dann eben unterwegs ist, sind dann wieder frei. Man kann sich auf andere Sachen konzentrieren. Und auch dort habe ich eine schöne Überleitung jetzt. Du bist dann irgendwie zum Fotografieren gekommen. Das darfst du dir mal noch schnell erzählen, wie das gegangen ist. Und dann ist etwas passiert. Und zwar bist du bei mir auf Instagram auf der Bildfläche aufgetaucht. Von einem Tag auf den anderen. Erzähl mal, wie bist du zum Fotografieren gekommen? Wie bist du dann am Ende auf Instagram gelandet? Also zeitlich war das so, das war in der Phase, in der ich gespart habe für die Reise. Sagen wir, das war etwa 2015. Da hatte ich einen Instagram-Account, den habe ich nachgeschaut, den habe ich eröffnet, irgendwann im Juni 2012. Für Selfies und ein bisschen Essen fotografiert und ein bisschen Bumerang gemacht. Ja, das hat er gemacht. Genau. Und dann bin ich... Ich kann es nicht mehr genau sagen, wie ich genau da reinkam bin. Auf jeden Fall ist es so, dass ich sicher Inspirationen gesucht habe auf Instagram für die kommende Reise. Und dann bin ich selber auch ein bisschen in den Bergen unterwegs gewesen, in meiner Heimat, das ist das Appenzellerland, der Alpstein. Und dann habe ich mal den Seealpsee fotografiert. Die klassische Ansicht, wie es jeder macht. Und dann angefangen aus Freude, da auf Instagram zu posten. Und dort habe ich dann schon gemerkt, da findet ein Klang mit ein paar hundert Likes auf noch keine grosse Zahl an Follower, die ich dort hatte. Und dann ist es dann da irgendwie so weitergegangen und hat mir Freude gemacht, hat mir Spass gemacht, da auf Instagram zu teilen. Und mit der Zeit habe ich dann angefangen, mich für die Fotografie zu interessieren. Und habe schon eine Kamera gehabt. Habe die aber mal in die Hand genommen geschaut, was kann man denn alles mit dieser machen. Und bin dann weiterhin im Alpstein unterwegs gewesen und habe die Bilder geteilt. Und habe dann angefangen, die Bilder bearbeiten. Nicht auf dem Handy, sondern auf dem PC. Ich habe mich dann dort ein bisschen drinnen gelesen und habe irgendwie meinen Stil gefunden, den, der mir gefallen hat. Und der hat dann einen Anklang gefunden. Und ich denke, das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann irgendwann beim Boris auf dem Handy erschienen bin. Genau, ich glaube, ich habe irgendwie von dir mitbekommen, dass du bei 4.500 oder 5.000 Followern warst. Und wo du sehr regelmässig unterwegs bist, hast du sehr viele Bilder gepostet, bist sehr aktiv gewesen, hast du kommentiert, hast Bilder gepostet. Du hast aktiv teilgenommen an der Instagram-Community. Und dann bist du sehr schnell gewachsen. Was hat das mit dir gemacht, dass dein Account so schnell so viel Anklang gefunden hat. Was hat das mit dir gemacht? Hat das irgendwie etwas ausgelöst? Oder hat das mit Blick auf die Zukunft ein bisschen Möglichkeiten in deinem Kopf eröffnet? Oder wie hast du das denn gesehen? Also in erster Linie hat es Spass gemacht. Es hat auch Spass gemacht und Freude gemacht, dass andere Freude an deinen Bildern haben. Und das ist schon sehr motivierend. Und ich denke, das ist sicher mit auch ein grosser Anteil daran, dass ich dann wirklich so Freude bekommen habe, zum weitermachen. Und als ich dann weitergemacht habe, hat es mir auch selber mehr Spass gemacht. Also man entwickelt sich ja dann in der Fotografie mit der Fotografie. Ja genau, man lernt zu und man tut dann halt wie eben seinen Stil entwickeln beim Fotografieren, beim Bearbeiten. Genau, genau. Das treibt einem dann wieder ein bisschen an, oder? Das heisst, du bist wahrscheinlich dann auch nicht nur noch im Alpstein unterwegs gewesen, oder? Du hast dann wahrscheinlich auch noch andere Reisen. Die Kantenschweiz dann, genau, aber mehrheitlich in der Schweiz. Und da ist es dann schon so gewesen, dass dann irgendwie pro Tag vielleicht 200-300 neue Follower dazukommen sind in dieser Zeit. Und da ist dann, ja, dann habe ich auch täglich ein Bild gepostet in dieser Zeit, wirklich täglich, wie gesagt hast. Und ich wollte ihn dann auch so weiterverfolgen, aber nie mit dem Hintergedanken mal mit den Followern, von denen zu leben, oder was auch immer. Das Influencer-Gedanken habe ich nie gehabt, ich habe eigentlich das Wort auch nie richtig mögen, und ich mag es auch heute nicht. Und dann ist dann sicher ein Jahr so weitergegangen. Ja, ein Jahr, bis ich dann irgendwann, sagen wir mal, angeschlagen bin mit diesen Followern. Also es hat auch ziemlich viel damit zu tun, wie viel Aufmerksamkeit das dir die Applikation auch schenkt. Ja. Und, ja. Dann hast du weitergemacht, dann hast du weitergemacht, hast dann, also eine Frage, die ich habe, ist, wie viel Zeit hast du so pro Tag auf Instagram verbracht, um dem auch können irgendwie eben die Aufmerksamkeit schenken, das Wachstum, hast du ja auch eine Art, wie auch ein bisschen gehockt, oder? Also man ist wirklich ein bisschen festgebunden und denkt, wow, mega cool, und man möchte das ja eben gerne ein bisschen weiterentwickeln. Du hast jetzt gerade gesagt, irgendwann bist du mal angestanden, das macht ja dann auch etwas mit einem, oder? Und hast du eine Strategie gehabt, um dort weiterzugehen? Also wie viel Zeit und hast du eine Strategie gehabt? Ich habe eine Strategie gehabt, in dem Sinn, ich habe eine gewisse Art in der Bildbearbeitung gefunden, die mir gefällt. Und die habe ich dann konsequent weiterverfolgt. Das ist ein gewisser Ton, ein gewisses Feeling in den Bildern, das ich konstant in diesem Jahr weiterverfolgt habe. Ich bin dann aber selber nach dieser Zeit, man entwickelt sich ja selber in der Fotografie und man möchte vielleicht auch Neues probieren und ein bisschen anders machen. Und ja, ich habe dann aber schon den Gedanken gehabt, ja, aber wenn du etwas anderes machst, dann könnte das schon einen negativen Einfluss haben auf den Wachstum oder was auch immer auf Instagram. Ich habe mich dann aber entschieden, dem zu trotzen und das machen, was mir gerade in dem Moment wirklich auch zusagt. Und da ist dann, gerade am Anfang dieser Reise gewesen, da habe ich dann ein Porträt reingestellt, ein Porträt gepostet, das ich vorher nie gemacht habe, nur Landschaftsbilder. Und das hatte dann einen negativen Einfluss auf den ganzen Wachstum auf Instagram. In dem Moment hat es mich ein bisschen bewegt. Oder ich habe gedacht, warum, oder? Das ist so eine Art Login, also du hast ein Thema, du bist im Reisen, du bringst deine Bilder mit deinem Bearbeitungsstil. Jetzt wolltest du eigentlich noch zeigen, dass du so viel mehr bist, als einfach nur der Bearbeitungsstil und die Bilder. Und das wird nicht honoriert. Und dann wird es nicht honoriert. Und da ist dann so ein Punkt gewesen, also nicht ein Wendepunkt, es ist dann gleich weitergegangen, aber es ist ein Punkt gewesen, wo mich zum Nachdenken angekriegt hat. Und positiv, man merkt es eben wenig, oder ich habe es weniger gemerkt, dass man dann wie in eine Sorge kommt, wenn man täglich irgendwie 300 neue Follower bekommt. Und dann fokussiert man sich relativ viel auf Social Media und Instagram. Das braucht viel Zeit. Und durch diesen Wechsel habe ich dann angefangen, mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und für mich das Wesentliche ist die Fotografie. Und da hat mir dann viel mehr Zeit gegeben für die Fotografie selber und zum Anmachen, was mir auch wirklich zusagt. Und da sehe ich heute auch viel, dass viele Leute verzetteln sich in dem Social Media drin und verlieren Zeit. Also man muss es richtig anwenden. Instagram muss man richtig anwenden von der Anwenderseite und von der Content-Creator-Seite. Also als Konsument oder als Creator muss man da eine Art wie den richtigen Approach haben. Was ist der richtige Approach für dich? Der richtige Approach ist die Zeit. Also der eine ist der Zeitfaktor. Vor allem bei denen, die fotografieren oder irgendetwas kreieren auf Seite der Influencer, sagen wir es so. Dass man nicht in diese Sorge kommt, wo man den Fokus fürs Wesentliche verliert. Und auf der Seite des Konsumenten würde ich sagen, man muss alles ein bisschen relativ betrachten. Wir sollten nicht anfangen, in dieser Welt von Social Media zu leben, weil das Leben ist ausserhalb. Man kann es auch inspirieren lassen, man sollte es auch so anschauen, wie vielleicht früher oder gibt es ja heute immer noch irgendein Heftchen, ein Magazin. Früher hat man Heftchen gelesen, heute scrollt man im Zug durch den Instagram-Feed. Eine Frage, die du noch nicht beantwortet hast, ist die Zeit. Was denkst du, wie viel Zeit hast du in dem Jahr, als du den Account aufgebaut hast, investiert am Tag? Weil ich hatte das Gefühl, du bist überall. Also es ist so einfach, wie du mir aufgefallen bist. Ja, also viel Zeit. Ich habe 100% gearbeitet. Das waren bei mir 44 Stunden in der Woche. Von 7 bis 5. Und ja, dann bin ich am Abend heimgekommen und habe angefangen, den Instagram-Account zu betreuen. Bis dann gute Nachtzeit. Was hat deine Frau dazu gesagt? Nichts Negatives, weil sie ist auch sehr interessiert an den sozialen Medien und hat selber auch ihren Instagram-Account, den sie gepflegt hat. Und da haben wir in dem Sinne so ein Stück weit gemeinsam gemacht. Und in dem Jahr, vor der Reise, hast du denn dort schon Kollaborationen gehabt mit Brands oder Destinationen oder in irgendeiner Form seine ersten Erfahrungen gemacht? Ich nehme jetzt das Wort, ich habe gleich nochmal ins Wort, als Influencer. Ja, also das erste Mal als Influencer angeschaut worden bin ich irgendwie schon bei, sagen wir, 4-5'000 Followern. Das sieht heute ein bisschen anders aus. Und dort habe ich ein Angebot bekommen von einem kanadischen Käppchenhersteller. Das hat mir dann so ein Käppchen zugeschickt. Ja. Und ich habe dann als Gegenleistung ein Bild von dem gemacht. Produkt gegen Bild. Ja. Das war die erste Erfahrung. Ja. Und das ist so ein Klassiker, denke ich, wo jeder, der hier reinrutscht, mal macht so etwas. Und dann ist es nicht viel gewesen in dem Jahr. Ich durfte einen Instamid teilnehmen im Tessin. Das ist sehr schön gewesen. Das haben wir uns ja, glaube ich, sehr schnell gesehen. Genau, das haben wir uns getroffen, Boris. Und sonst ist da auch nicht viel gelaufen. Ich habe mich auch nicht gross darum gekümmert. Ich habe mich auch nicht gross ausgekennt in diesem Bereich. Ja. Muss man so sagen. Wir lernen dann dazu. Aber im ersten Jahr ist nicht viel passiert. Okay. Und nachher dann? Nachher bin ich dann auf die REIS aufgebrochen. Das war im August 2017. Und dort habe ich dann mehr Zeit gehabt. Ja. Und habe mich dann angefangen, auch ein bisschen mehr mit dem zu befassen. Okay. Und im Vorgang schon informiert, ein bisschen Mail rausgehauen und probiert die eine oder andere Zusammenarbeit mit Hotels, Tourismusorganisationen überzukommen. Und das hat dann geklappt, ja. Okay. Spannend. Du hast jetzt gerade schön gesagt, wir sind auf die REIS. Ein paar Fragen zu dieser REIS. Wann genau war das? Du hast gesagt, es sind August 2017 los. Wie lange waren wir jetzt unterwegs? August 2017. Ich habe es auf dem Weg hierhin nochmal schnell ausgerechnet. Es waren 20 Monate. 20 Monate. 20 Monate. Und am 5. März sind wir wieder zurückgekommen. 5. März 2019. Der Tag der Aufzeichnung des Podcasts ist der 18. März. Also du bist 13 Tage nachdem du wieder zurück in die Schweiz kam. Du bist bei mir im Studio. Danke vielmals für das. Das schätze ich also wirklich sehr. Was haben Sie denn für Länder bereist in dieser Zeit, in diesen 20 Monaten? Wo waren Sie überall? Also da gibt es Leute, die machen diese 20 Monate wesentlich mehr Länder als die, die wir gemacht haben. Aber uns ist es sehr hart darum gegangen, um langsam unterwegs zu sein. Wir waren in Asien, Singapur, Indonesien, Malaysia, Kambodscha, Thailand, Japan. Dann waren wir in Nordamerika, USA und Südamerika, Peru, Chile, Argentinien und ein paar weitere Länder. Ja, das sind einige Länder. Da haben wir wahrscheinlich recht viel erlebt. Das ist, ähm... Ich bin gerade sprachlos von diesem Zeitpunkt, weil ich irgendwie nachher mir gedacht habe, wow, das würde ich jetzt auch noch gerne machen. Wie sind so deine Erfahrungen gewesen? Ist das etwas, was du jedem empfehlen kannst, einfach einmal zwei Jahre, ich kann jetzt dem ganz böse, unten durchgehen, damit man dann zwei Jahre sehr viel erleben kann? Ist das etwas, was du jedem ans Herz leistest oder du sagst, wow, es gibt doch noch das eine oder andere, was man vielleicht noch bedenken müsste, bevor man das macht? Jetzt, nachdem du wieder retro bist. Nein, absolut. Das würde ich jedem empfehlen. So eine Reise. Man muss aber natürlich auch sagen, man muss der Typ sein dazu. Man muss ein bisschen reisewillig sein, weil Reisen ist nicht immer einfach, aber darüber hinaus, über das Reisen und über die anderen fremden Kulturen und schöne Strände und schöne Berge und Landschaften hinaus, ist es da, wo das Reisen an sich bringt, einem als Mensch weiter. Und denke, das kann ich jedem empfehlen. Okay. Wie hat es dich weitergebracht als Mensch? Ich sehe es momentan auch wieder sehr fest. Als Mensch hat es mit dem Sinn weitergebracht, dass ich sicher gelernt habe, den Fokus richtig zu stellen. Ich habe nicht mehr so Mühe, mich anzupassen an neue Umgebungen. Also das geht relativ fliessend. Als ich gemerkt habe, da hatte ich vorher mehr Mühe. Und mir wird, oder ich bin sicher, sehr viel gelassener geworden. Okay. Schön. Ja, ich habe das Gefühl, du bist sehr entspannt da. Du hast irgendwie viel, ja, können geniessen auf dieser Reise. Du hast dich selber finden. Du hast wahrscheinlich auch viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken, was du gerne machst, was du nicht so gerne machst, was du auch in Zukunft möchtest machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das einem ein bisschen hilft, wenn man unterwegs ist. Wenn du jetzt auf die 20 Monate zurückblickst, und ich weiss, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage wahrscheinlich. Aber was ist der schönste Moment gewesen, wo du jetzt einfach gerade jetzt in den Sinn kommt, wo du auf dieser Reise erlebt hast? Wenn du einen aussuchen müsstest, welcher hat dich am meisten bewegt und welcher war das am schönsten für dich? Das ist wirklich schwierig. Meistens werde ich gefragt, was mein liebste Land auf dieser Reise ist. Aber wenn du mich jetzt konkret nach einem Moment fragst, ist es noch viel schwieriger. Es ist extrem schwierig. Muss man noch ein paar Sekunden geben. Ja, ja, nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wir haben es nicht präsent. Also es ist klar für mich, es ist in Südamerika, da hat es so viele schöne Momente gegeben. Und ein Moment, wo ich ein paar Mal schon gesehen habe, also auch in der Vergangenheit, aber der hat mich wirklich wieder so gefesselt, ist der Sonnenaufgang auf Machu Picchu in Peru. Der einzige Moment, der ist wirklich sehr speziell. Machu Picchu. Das Bild kennt man mittlerweile auch auf Instagram, oder? Du bist sicher nicht der Einzige gewesen, der das Bild gemacht hat. Wie viele Leute waren denn zum Sonnenaufgang dort, wo du auch dort warst? Ja, relativ viel. Hunderte, Tausende. Ja, relativ viel. Aber weil ich schon zweimal vorher da war, habe ich einigermassen gewusst, an welchem Spot ich hin muss. Und wie es läuft, ist auch nicht ganz ohne, aber es ist sicher ein beliebter Ort. Wenn man aber sein Plätzchen findet, weil er gibt noch so ein oder andere Plätzchen, dann kann man den Sonnenaufgang auch relativ einsam geniessen. Das ist auch schön. Und jetzt natürlich noch die Gegenfrage, was war denn der Moment, wo du sagen würdest, das will ich so nicht mehr erleben? Ja, da gibt es sicher auch etwas, wo du denkst, ach, mh-mh. Ja, da gibt es. Nicht in dem Sinne, dass ich es nicht mehr erleben will, aber in den Momenten, in denen ich denke, das ist jetzt zu viel für mich. Also da ist jetzt wirklich viel. Das war gegen den Schluss dieser Reise in Indien. Und das ist nicht, weil mir Indien nicht gefällt als Land, sondern eher, weil die Art des Reises, wie ich unterwegs war mit dem ganzen Kamera-Equipment und so viel Gepäck. Und Indien ist ein sehr, wer schon mal in Indien war, weiss es, es ist ein sehr hektisches Land, vor allem in den Städten. Und in Neu-Delhi war es recht schwierig, um dort die Strassen durchzuhacken. Und mit so viel Gepäck wollte ich das nicht mehr so erleben. Okay. Alright. Sehr schön. Und dann haben wir uns mal noch offen. Wir sind mal zwischenzeitlich in der Schweiz noch mal gewesen, um ein paar Sachen erledigen. Wir haben dann wieder eine Wohnung gebraucht, haben irgendwie nachher müssen, ja, euch wieder darum kümmern, dass wir bei der Rückkehr in die Schweiz nicht einfach auf der Strasse stehen und auch wieder vielleicht einen Job haben. Da haben wir ein bisschen miteinander diskutiert und dort hast du mir erzählt, dass du mal eine gewisse Zeit auf dieser Reise alleine unterwegs warst. Das stimmt, ja. Wie lange bist du alleine unterwegs gewesen und warum? Es ist so, meine Frau ist ursprünglich aus Peru. Und als wir dann den Weg nach Peru gemacht haben, sind wir in Lima, in ihrer Heimatstadt, stationiert gewesen. Dort sind wir auch mehrere Zeit geblieben. Neun Monate insgesamt. Neun Monate vor den 20 Jahren in Lima. Stationiert. Und von dort aus haben wir dann von einzeln auch Trips gemacht. Und die Rosio, meine Frau, hat dann dort eine Ausbildung gemacht zur Café Barista. Alright. Genau, und das war dann der Hauptgrund, warum ich dann alleine unterwegs war, weil sie ist dann natürlich gebunden gewesen in dieser Ausbildung. Ja. Und gleichzeitig habe ich dann Zeit gefunden, um auch wieder mal ein paar E-Mails zu schreiben. Aha. Und habe dann mit gewissen Organisationen zusammenarbeiten können. Und die haben mich dann beispielsweise auf den Amazonas gebracht, nach Patagonien und ins Hochland von Peru. Das sind die Destinationen, wo ich alleine unterwegs war. Und wie lange war das? Zeitlich? Zeitlich etwa einen Monat. Einen Monat, geschweigen, von diesen neun. Ja, das ist jetzt nicht so lange. Ich habe das irgendwie ein bisschen länger in Erinnerung gehabt, glaube ich, aus dem Gespräch heraus, respektive. Ich glaube, ich habe gar nicht gefragt. Aber so einen Monat ist okay, weil dann übergibt sich meine Frage, was hat das denn mit euch zwei gemacht? Aber einen Monat, ja, das ist noch gut. Da geht man sich mal nicht so fest auf den Sack. Vielleicht sogar gut da, wenn man jetzt so lange zusammen ist, unterwegs ist und der Alltag sich verändert oder man mehr Zeit miteinander verbringt, dass man dann vielleicht auch wieder mal ein bisschen Sehnsucht überkommt nacheinander. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, selbst ich, aber man kennt natürlich die Möglichkeiten, die man hat. Da gibt es Instagram, da sind wir ja täglich miteinander verbunden gewesen, WhatsApp, Skype. Das war nicht so ein grosses Problem gewesen. Und wir sind ja noch auf dem gleichen Kontinent gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist gut. Wie hat jetzt die Reise, deine Wahrnehmung auch von Instagram verändert? Du bist jetzt bald zwei Jahre unterwegs. Instagram ist sehr, sehr vielen Änderungen unterlaufen in dieser Zeit. Wie siehst du Instagram heute? Ich meine, du hast viele schöne Momente gehabt. Du hast Kollaborationen gehabt. Du hast gewisse Sachen entzahlt gewesen. Das heisst, du bist eingeladen worden. Vielleicht hast du zwischendurch auch mal noch Geld bekommen für etwas. Wie hat jetzt die Reise, deine Wahrnehmung von Instagram verändert? Ich denke, es war weniger die Reise, die die Wahrnehmung von Instagram für mich verändert. Es ist eher die Zeit, die sich das Ganze ein wenig verändert und tut. Für mich hat es weniger Gewicht, als es auch schon gehabt hat und das ist irgendwie befreiend. Ich verbringe weniger Zeit auf dieser Plattform. Ich genieße diese Plattform noch. Also sie macht mir immer noch Spass. Ich teile gerne meine Bilder und habe auch viele super interessante Leute kennengelernt über diese Plattform. Das schätze ich schon sehr und auch heute noch. Aber es hat sich schon ein wenig gewandelt über die letzten Jahre. Und ich rede jetzt hier nicht nur vom Algorithmus, wo es sich ständig ändert, sondern auch der Hype, den es um diese Plattform geht, der ist da, der ist real. Und ich glaube, heute in dieser Zeit, in diesem Moment ist es angesprochen wie noch nie. Und man kann auch auf dieser Plattform Geld verdienen, wie du da angesprochen hast, wenn man es will. Aber für mich ist es wichtig, einen guten Mix und mir selber in dem Sinne treu zu bleiben und das machen, wo mir Spass macht. Okay. Jetzt noch eine kritische Frage, die sich vielleicht der eine oder andere überlegt. Du da mit Kollaborationen. Ist jetzt die ganze Reise, die ganzen 20 Monate, das hast du jetzt Sparta gar nicht gebraucht? Ist alles bezahlt gewesen? Hast du Geld verdient mit diesen Kollaborationen? Oder ist es Experience over Money? Wie hast du das gehandhabt? Wie ist das gewesen für dich? Also wie am Anfang erwähnt, die ganze Reise ist ja grundsätzlich abgesehen von Instagram und all dem darum herum planen gewesen und budgetiert gewesen. Die Reise haben wir uns selber finanziert. Und vielleicht hat es ab und zu mal einen Batzen dazugegeben. Aber den grossen Teil haben wir selber finanziert. Und was auch noch schwierig war in dieser Zeit, denke ich, teilweise ist ein Spagat zu finden zwischen der Fotografie, der Passion von Fotografie zusammen mit Instagram und einfach nur geniessen. Weil diese Reise war ja ursprünglich einfach nur eine Experience an sich gewesen. Backpacking. Und diesen Spagat zu finden, ist nicht immer einfach gewesen. Aber man konnte es irgendwie kombinieren und dann halt das eine oder andere Mal vergünstigt oder vielleicht auch gratis in einem Hotelzimmer übernachten. Spannend, spannend. Wenn du jetzt so zurückdenkst, 20 Monate unterwegs sein, wie schwierig es war, zum Retour zu kommen, nach so einer langen Zeit mit so vielen schönen Erfahrungen, jeden Tag noch etwas anderes, etwas erleben dürfen, etwas Neues sehen, neue Kulturen kennenlernen, in etwas Retour zu kommen, das du kennst, in einen Job vielleicht. Ich weiss jetzt nicht genau, was du machst jetzt denn, da kommen wir dann noch darauf zu. Aber irgendwie einfach Retour zu kommen, wie schwierig war das für dich? Ich habe es schwieriger erwartet, dass es schwieriger ist. Und das ist sicher, wie ich gesagt, auch etwas, was ich gelernt habe in dieser Zeit, um mit Veränderungen schneller klarzukommen oder dass wir diese weniger ausmachen. Weil man ist ja immer unterwegs gewesen, immer in neue Städten, neue Ortschaften. Und auch das Zurückkommen in der Schweiz habe ich eher so empfunden, wie jetzt geht die Reise weiter. Also eine Art Lebensreise geht weiter, jetzt sind wir wieder in der Schweiz. Und jetzt schauen wir mal, was da passiert. Jetzt sind mittlerweile, ja, zehn Tage vergangen. Und am Anfang hatte ich am meisten Mühe mit der Sprache. Ich habe zwei Jahre lang praktisch nur Englisch und Spanisch geredet. Und die Sprache ist mir teilweise ein bisschen schwer gefallen. Ich habe jetzt manchmal noch irgendwie Aussätze, wo man ein Wort nicht gerade in den Sinn kommt, weil ich immer andere Wörter oder andere Sprache brauchte. Man verlernt die Sprache schon nicht, aber da ist mir da, wo mir aufgefallen ist, dass man am meisten irgendwie Mühe macht. Das Wetter, über das Wetter müssen wir nicht reden, da machen das sowieso schon alle. Und die Schweiz bietet so viel, und das habe ich auch gelernt auf dieser Reise, wie kein anderes Land. Ja. Das ist, ja, etwas wie die Schweiz gibt es auf der ganzen Welt nicht. In welcher Form sagst du, die Schweiz bietet jetzt etwas, das kein anderes Land auf dieser Welt bietet? Was genau dann? Also, das sind also die Grundbedürfnisse, die man hat. Sicherheit ist ein extrem sicheres Land. Auch wenn man uns manchmal in der Schweiz auch nicht sicher fühlt. Es ist ein sicheres Land, da gibt es ganz andere Länder. Der Wohlstand ist relativ hoch. Man hat ein Dach über dem Kopf, man hat Essen in jeder Mette. Also, die Grundbedürfnisse, die in vielen Ländern nicht so gegeben sind, hat man in der Schweiz. Dazu auch noch eine superschöne Natur, Seen, Bergen, grünes Gras, grüne Wiese, die es nirgendwo gibt, also die ich nirgendwo gesehen habe. Okay. Ja, das ist etwas, was ich schon sehr schätze gelernt habe, jetzt in dieser Zeit. Cool. Und jetzt, was ist der Plan? Wie gehst du weiter von da? Wie gehst du jetzt vorwärts? Der Plan ist so, ich arbeite weiter als freischaffenden Fotograf. Da in der Schweiz jetzt. Also, das ist jetzt ein neuer Markt, eine neue Umgebung für mich. Und da mache ich Teilzeit. Und den anderen Teil meiner Woche verbringe ich ab April wieder im Finanzbereich. Und das mache ich mit Freude. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe, dass auch ein geregelter Arbeitsalltag für mich jetzt persönlich etwas Schönes kann sein. Hast du das ein wenig vermisst? Das habe ich ein wenig vermisst. Okay. Und das ist jetzt ein guter Mix, den ich jetzt hier dann haben werde, ab April. Und da gibt mir auch genug Freiheiten, um dann fotografisch da zu machen, wo mir auch wirklich Spass macht und wo mir zusagt. Und ja, ich bin gespannt auf die Zukunft. Ich gebe dir jetzt ein paar Sekunden, wo du deine fotografische Arbeit pitchen darfst. Also, wenn irgendjemand zuhört, in welchem Bereich kann man dich dann buchen? Also, ich habe verschiedene Bereiche ausprobiert. Aber der Fokus liegt jetzt ganz klar auf die Reisefotografie im Landschaftsbereich. Aber ich bin auch zuhaar für Portraitfotografie. Ich habe Erfahrungen gesammelt in der Fashion-Industrie. Und ja, ich tue es auch gerne kombinieren. Also, Personen mit der Landschaft, um ein bisschen das Gefühl für den Moment überzukommen. Okay. Sehr gut. Also, wenn ihr in diesem Bereich, eben Landschaftsfotografie, Fashion und Personen, Portrait, etwas habt für Ueli. Selbstverständlich, nachdem ihr mich gefragt habt und ich keine Zeit gehabt habt, könnt ihr zum Ueli gehen. Das klingt doch super. Sorry, gell. Den musste ich jetzt reinbringen. Social Media im Allgemeinen. Du hast es ein wenig angesprochen. Ist das für dich ein Fluch oder ein Sagen? Für mich ist es ein Sagen, weil es hat mir viel Positiv gebracht. Wenn man aber nicht aufpasst, dann kann es auch zu einem Fluch werden. Also man muss mit Vorsicht konsumieren. All right. Und wenn du unseren Hörern da aussen irgendetwas schmicken möchtest, irgendetwas, egal was, was wäre das? Das ist etwas, was ich auf dieser Reise auch lernen oder gelernt habe und denke, das ist etwas, was ich jedem gerne wünsche. Und vor allem auch in der Schweiz, wo ich vielleicht denke, das ist etwas, was neben all dem Guten, was da eher fehlt, dann wünsche ich, dass man mit Zufrieden und Dankbarkeit durchs Leben gehen kann. Das ist ein schöner Wunsch. Das ist ein schöner Wunsch. Das finde ich sehr schön. Das geht mir ähnlich. Wenn ich noch einmal durchkomme, dann kommt man mit, wie glücklich wir eigentlich sind in unserer Position. Wir wissen gar nicht, wie viel wir gesegnet sind, dass wir das haben und erleben dürfen. Das finde ich ganz einen schönen Wunsch. Das ist ganz schön. Und wenn du jetzt ein Buch hättest oder eine Musik oder ein Podcast oder ein Video, wo unsere Hörer hören sollten, lesen, konsumieren, schauen, was wäre das? Was für einen Tipp würdest du mitgeben? Was hat dich beeinflusst? Was hat dich weitergebracht? Was hat dich inspiriert? Ich lese nicht sehr viele Bücher. Ich bin auch eher der visuelle Mensch. Oder auch ich lasse gerne Musik, wenn ich die Bilder bearbeite. Und ich denke, das ist vielleicht etwas, das auch viel interessiert, was ich dann so lasse, wenn ich die Bilder bearbeite. Und es ist eigentlich immer etwa die gleiche Playlist. Und dann geht das so ein bisschen in Indie-Rock rein. Und eine Band, die ich gerne eine Empfehlung habe, wäre «Nothing but Thieves». «Nothing but Thieves». Den wir gerne in der Show Notes verlinken. Richtig, das wäre perfekt. Das mache ich sehr gerne. Cool. «Nothing but Thieves». Das nächste Mal, wenn ihr unterwegs seid oder eure Bilder bearbeitet. Mal reinhören. Einfach mal reinhören und euch inspirieren lassen. Vielleicht kommt ihr in den gleichen Groove wie der Ueli. Wenn auch unsere Hörer mehr möchten über dich erfahren, wo darf ich sie hinschicken im grossen, weiten Internet? Gerne auf meine Webseite. Das wäre uelifrischknecht.com. Oder natürlich mein Instagram-Profil, was natürlich auch eine Art Portfolio ist für mich. Und das sind so die zwei Plattformen, die mich eine Art gut repräsentieren. Ueli, ich danke dir vielmals. Hast du dir Zeit gehabt, nach deiner grossen Reise bei mir in Rapperswil im Content-Creation-Space vorbeizuschauen? Schön, dass du da warst. Schön, dass du so viele tolle Kommentare und Aussagen machen konntest. Es hat mich wirklich gefreut. Danke, Boris. Bis bald. Ciao.